Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da drüber, dass es da ein Siebener ist. Das würde ein Fünfer sein. Ja, Alter. Ja, Alter. Lanni? Ja, Alex, zeig mir doch nochmal den Kater. Ja, ich war... Oh ja! Oh ja! Wuh! Okay. Oho! Du, du lagst auf dich! Es macht dich mal! Schmeiß nur auf! Oh, Alter! Ja, das kommt doch! Ey, uah! Ja, Alter! Ja, Alter! Doppelf! Oh ja! Davon freue ich mich schon, wenn das kommt, Alter! Erstmal eingewöhnt, wa? Ein bisschen... Ein bisschen, ja! Hast du etwa die? Ja! Janik! Ja! Ja! Tata! 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 Nein, ich spreche all over! Nichts! Nein, ich spreche! Tata! 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 Ta-ta! Tata! Ja! Schau, 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 schau. Schau, schau, schau. 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 Schau. Schau, schau. 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 Komm mal! Da weh! Let's go, let's get it! Arsch! Arsch! Run! Arsch! Komm mal hin! Und... Boah, fuck. Und? Hoch? Oh, mein Arsch. Und wie sieht die Höhe aus? Auf, Alter. Das ist Hardcore, Alter. Also höher wie ein Fünfer, ja? Ja, ha? Fred. Oh, scheiße, ich geh's da oben, Alter. Oh. Ey, guck dir mal den da an. Jetzt latscht der Homo da ganz genüsslich hoch, Alter. Ja, genau, er betet schon mal. Er wird dir so den Arsch gleich aufreißen, ey. Ah, geil. Oh, da ist er. Ja, da ist er jetzt gerade auf dem Weg nach oben. So, jetzt kommt er. Na, wo bleibt er denn? Ah, da oben ist er ja. Jetzt kommt er da oben der kleine... Hä? Ach nee, das ist er noch nicht. Der steht ja noch da. Scheiße. Da steht er noch. Noch. Boah. Boah. Jetzt geht er die Leiter hoch. Der Spinner. Ja, schau mal hin, das wird vergessen. War gut, wa? Damit was vorne. Oh Gott, da oben steht er. Da steht er. Der nimmt Anlauf. Er nimmt Anlauf. Er nimmt Anlauf. Und der springt wie eine Scheiß da, Alter. Boah. Boah, Alter. Oh. Oh, 10 Meter. Ja, da oben steht. Ja, da oben steht. Ja, da oben steht. Ja, da oben steht. Ja. Ja, da oben steht. Ja, da oben stehtρ Ja, entrepreneurs. Ja, da oben steht. Wirklich Spaß. Ja, da oben steht. Wird Anlauf. Mit Anlauf! Geist du und vor allem ausgeschneiden! Jetzt haben wir Zeit, ey! Neigt doch! Lebt mir lieber einen Doppel-Flash ein! Oh Mann, Alter! Oh, scheiße! Du musst an einem Arsch bringen! Oh, jetzt um 5 Uhr! Der ist ja zu! Ja, ne! Ach, Quatsch! Wo muss ich dir den Fung... Nee, den Fung... Du weißt, dass du deinen Fung war dicht gemacht? Selbst dir hat einen geilen Sprung drauf gehabt, oder? Oh Mann, ey! Wenn du selbst Kinder können, oder? Nehmt! Wenn du den Fung war, oder so ein Harker-Flugel war, oder so ein Voodoo-Jumper war, oder ? Ja! Ja, da war er! ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.